Servus und willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe heute für euch den Tiempo Legend 5 und zwar in einer neuen Farbe. Wie die aussieht erfahrt ihr jetzt im Video. Und bevor wir mit dem Unboxing beginnen, habe ich noch eine kleine Ansage und zwar könnt ihr diesen Schuh auch gewinnen. Ich werde dazu ein Gewinnspiel auf Facebook machen, weil wir auch dort eine Million Abonnenten erreicht haben. Und ja, wenn ihr da mitmachen wollt, unten in der Beschreibung ist ein Link und dort erfahrt ihr alles weiter. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.